Wir sind heute bei PowerSurf in der Filiale in Vöcklerbruck. Es ist eine von vier Filialen in Oberösterreich und eine von 17 österreichweit. Die Firma PowerSurf macht klassisch Arbeitskräfte Überlassung, das seit über 30 Jahren und das bedeutet, wir haben einerseits Mitarbeiter, die wir vermitteln und andererseits Mitarbeiter, die wir überlassen, also anderen Firmen zum kurzfristigen und langfristigen Einsatz zur Verfügung stellen. Die Herausforderung in der Branche der Arbeitskräfteüberlassung ist so wie in vielen anderen Unternehmen die Veränderung am Markt. Alle sprechen von Fachkräftemangel, von Industrie 4.0 und das sind auch für unsere Branche die größten Herausforderungen. Die Vision von PowerSurf ist, dass wir einerseits die Jobsuche und andererseits die Suche nach Mitarbeitern so einfach machen, wie den täglichen Online-Einkauf. Also die Zusammenarbeit von Indeed und PowerSurf ist proaktiv von meiner Seite entstanden, muss ich sagen. Wir haben nämlich ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat mich darauf hingewiesen, dass er mit Indeed sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Er hat mir gesagt, das musst du ausprobieren, das ist echt cool und dann kam auch der Kontakt zustande und seit August gibt es die Kooperation zwischen PowerSurf und Indeed und ich muss sagen, dass wir sehr zufrieden sind. An der Zusammenarbeit mit Indeed gefällt uns sehr gut, dass wir die Kosten im Überblick haben. Es ist nämlich im Vergleich zu anderen Inserate-Plattformen so, dass wir dort Kontingente zukaufen, die sind auf 1500 Stück begrenzt und das war's dann auch. Bei Indeed können wir unser Budget direkt so einsetzen, wie wir es auch brauchen. Bei der Bewerberanzahl kann ich als Vergleichswert das letzte Jahr nehmen. Da hatten wir ungefähr 50.000 Bewerbungen. Wir liegen jetzt in den ersten beiden Quartalen mit circa 30 Prozent über dem letzten Jahr. Wir sehen sehr positiv in die Zukunft. Wir werden die Veränderungen, die jetzt in der Branche passieren, für uns erfolgreich nützen und setzen auch weiterhin auf den Partner Indeed.